Das Netzwerk Sisterscapes unterstützt sich und zwar aus voller Überzeugung, weil es ist die größte Bewerbung, die wir zum europäischen Kulturerbesiegel je hatten. Was verbirgt sich dahinter? Es ist ein Netzwerk zwischen 17 Städten und zwar in fünf Ländern, in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Slowenien. Und es geht um die Zisterzienser, um die Klosterlandschaft und das ist einfach beeindruckend, wie bereits im Mittelalter transnational gedacht wurde. Wie man eben hier über Ländergrenzen zusammengearbeitet hat, wie die weißen Mönche eben ihre Klosterlandschaft aufgebaut haben. Wenn ich daran denke, was dort alles im Wasserbau, Teichwirtschaft, moderne Landwirtschaft im Grunde genommen wurde, damals schon die Grundlagen gelegt. Es wird einen Kulturlandschaftsweg geben. Also wirklich begeisternd, was hier mit dieser Bewerbung, was da alles dahinter steckt. Deswegen unterstütze ich gerne dieses Netzwerk Sisterscapes.